Heute spielen wir ein Spiel, das hat mir Günay geschickt, also mein Mod geschickt. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, er hat mir nur geschrieben, dass irgendwas mit Kacka zu tun hat. Okay, wir gehen rein. Digga, mein Mauszeiger ist Kacke. Mit Kacke auf seinem T-Shirt, oder das ist zu viel Kacke, ich sag euch ehrlich. Okay, immer ein Essen, die keine Kacke. Wurde doch mal, alle Kacke auf ihr T-Shirt, hä? Ach, ist das doch nur Essen. Ach so, ja dann. Burger, go poop. Hä? Was soll ich machen? Ihhh! 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 Ihhh, ich muss mit der Kacke gehen! Ihhh, Digga! Ihhh! Oh, ey Junge, wie ekelhaft! Da ist respektlos, Chat, real talk! Das Spiel ist respektlos. Das Spiel ist wirklich respektlos, Digga! Man kackt einfach nur! Ich kann hier so Sachen kaufen, und dann? Kack ich, Bruder! Ich stelle mich an den Rand von einem Dach! Und kacke! Ich, Bruder, was ist mein Ziel, Digga! Ich bin einfach ein Kackhaufen, Bro! Ich glaube ich muss wirklich Leute treffen und sowas damit Bro ich weiß nicht wer dieses Spiel erfunden hat, aber er hat auf jeden Fall ein dickes Problem Er hat ein sehr dickes Problem Ich glaube ich muss ganz viele Leute treffen Die hauen alle ab von meiner Kacke Ich treff dich noch Ich treff dich noch mein Freund, ich hab dich noch Oh Es ist mir entkommen scheiße Also wirklich scheiße Du kannst auch an Autos Die Autos sind sogar weggefahren Digga Geist ist krank, man muss einfach so viele wie möglich mit seiner Kacke erwischen Oder wird sich dieses Spiel ausgedacht Boah das war der beste Schuss bisher Ich glaube das ist der beste Run bisher Wo sind alle? Es sind schon alle abgehauen Digga Und was kann ich machen? Ich kann hier Milch essen Habe ich? Bigger Splatters Ne kann ich nicht Aber die kosten alle Geld Hire Jump Aber ich muss vorher noch 5 mal kacken anscheinend Digga hä? LKW mitnehmen Ach lol man kann mit so einem LKW auch richtig viele Leute treffen Oh mein Gott Hab dich Häh? Da ist ein Auto Häh? Häh? Das ist ein Auto Häh? 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 Er ist geisteskrank was ich hier spiele ne? Er ist wirklich geisteskrank Rune5 Dinners Ah ich seh jetzt erst meine Aufgabe Wir müssen Essen ruinieren Hier da zack Haben wir jetzt ein Essen ruiniert oder nicht? Muss man auf das Essen drauf am besten oder? Häh? 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 Ich hab dich auf das Essen geschafft Kann ich auch hier in die Läden rein? Nein Das wäre einer zu viel Ist noch beim Essen Leute Rune5 Ok Muss man das in einer Runde schaffen? Wer ist denn alles? Links Essen 2 Rechts Essen 2 Rechts ist ein Tisch Sonst seh ich niemanden der isst Ok Boom Häh? 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 Oh mein Gott Rune5 Dinners Ich hab's geschafft Ich hab's tatsächlich geschafft Die Essen kaputt zu machen Tschüss Wie viel ich umgefahren hab mit meiner Kacke Also Mit dem ersten Lkw Crash Ich bin echt ein guter Kacke Digga Hab ich noch irgendeine Aufgabe Ich hab's mehr Denn ich kann ein bisschen Auf das Essen Ich hab's mehr Ich hab's mehr Ich hab's mehr Hallo, ich suche nur ein Toilettenpapier. Oben rechts ist Toilettenpapier, schreibt wer. Hier ist kein Toilettenpapier. Doch, LOL, Collected Toilet Paper. Ich habe ein Toilettenpapier gefunden, Chat. Let's go! Ich werde immer besser in dem Kackspiel. Aber ich muss noch zwei finden. Wo ist noch Toilettenpapier, Chat? Also oben rechts war ein Toilettenpapier, irgendwo in den Ecken. Vielleicht direkt hier unten? Nee. Links. Warte, da hat irgendwas geglänzt. Ich schwöre auf alles, dass das ausfieht. Da ist Toilettenpapier. Wie kommen wir da aber hoch? Fuck! Ich weiß jetzt aber, wo Toilettenpapier ist. Nein! Aber das war's! Level Complete! Bei Gott, das ist das seltsamste Spiel, was jemals... Bitte empfehlt mir nie wieder Spiele! Bitte! Ich habe nur Fragezeichen nach diesem Spiel im Kopf. Ich habe drei Euro dafür bezahlt! Und das Spiel war kacke! Das... Das Spiel sollte auch kacke sein. Aber ihr wisst, was ich meine damit! Ich habe eine차례! Ich habe auch in der Schweiz hier mit mir gemacht. Ich bin der Bedeutung. Ich bin der Bedeutung.